Max Grünberg war ein Berliner Schauspieler, der in den 1910er Jahren Theater spielte und dann zwischen 1918 und 1934 in 18 stummen und dreitönenden Spielfilmen mitwirkte. Er trat in Komödien, Kriminal- und Historienfilmen auf. Zweimal, 1922 und 1926 war er in der Rolle des Dichters Heinrich Heine besetzt. In Hans Kaisers Luther-Film von 1928 spielte er den Maler Albrecht Dürer. Er arbeitete für die Regisseure Richard Eichberg, Johannes Mayer, Erich Schönfelder, Jarb Speyer, Arthur Täuber, Fritz Windhausen, Friedrich Zellnick und Willi Zeyn. Grünberg trat auch im Kabarett auf Z.B. in Trude Hesterbergs im September 1921 eröffneter Wilderbühne, wo er Texte von Mönona und Viktor Auborten vortrug. Hier stand er mit Kollegen wie Fritz Kampers, Harald Paulsen und Resilange auf der Bühne. Er war auch am Berliner Rundfunk zu Gast. In bunten Abenden der Funkstunde rezitierte er aus Werken von Fritz Engel, Jen Öheltei, Alfred Lichtenstein, Mönona, Sling und Theobald Tiger. Es waren Texte von expressionistischer bis dadeistischer Machert, oft auch von scharfzüngiger Gesellschaftskritik. Nach 1934 sind keine Filme mehr mit ihm bekannt. Er ist nicht zu verwechseln mit seinem Namensvetter, dem Geiger, Konzertmeister und Komponisten Max Grünberg, welcher von 1852 bis 1940 lebte. Filmografie 1918 Arme kleine Eva 1918 Der Narr hat sie geküsst 1919 Nonne und Tänzerin 1920 Das Gastmal des Satans 1921 Der Passagier von Nummer 7 1921 Memoieren eines Kammerdieners 1 Teil Martin, der Fündling 1921 Die Geheimnisse von Berlin Erste Teil Die dunkle Großstadt 1921 22. Der einzige Zeuge 1922 Die Fünf Frankfurter 1922 Marie Antoinette Das Leben einer Königin 1923 Der Kaufmann von Venedig 1923 Fräulein Raffke 1924 Die Motorbraut auch Liebe, Leit und Sport 1925 Elegantes Pack 1925 Namenlose Helden Auch Infanterist Scholz 1926 Die lachende Grille 1928 Luther Ein Film der deutschen Reformation 1929 Wir halten fest und treu zusammen Tonfilme 1932 Das erste Recht des Kindes 1932 1932 Tränkt der Roman Einer großen Liebe 1933 Heute kommt's drauf an 1934 Ihr größter Erfolg